Ein sehr merkwürdiges Video sorgt in den russischen Medien zur Zeit für viele Diskussionen. Ein Reiter filmt ein kleines Wesen mit Stock, was auf den ersten Blick wie ein Yoda oder einem Ewok ähnlich sieht. Als es auf den Reiter zukommt und bedrohlich mit dem Stock wedelt, sucht der das Weite. Das Gesicht ist hier leider nicht zu erkennen. Laut verschiedener Diskussionen könnte sich es hierbei um eine alte Frau ohne Zunge handeln, die als kleines Mädchen entführt wurde und nun schon mehrere Jahrzehnte in den Wäldern lebt. Ob es sich bei dieser Gestalt wirklich um die alte Frau handelt, bleibt vorerst ein Rätsel.